Und ich habe keine Steine mehr, also Mauern, Dinger, dafür hätte ich ganz gerne eine tolle Batterie, gerne Blueprint, Blueprint, so, also, oh, da, so, ja, Osten-Trupast-Türme, Westen müssten wir genug Trupast-Türme haben, Süden bräuchten wir eigentlich auch Trupast-Türme, aber die Forschung ist hier nicht mehr allzu weit weg, richtig, genau, also wir erforschen gerade Frames 3, ist es fast durch, danach erforschen wir Alte-Mexels 3, was auch machbar ist, nur ein bisschen länger dauert, und danach kommt der hier schon, und es sind keine Mehrfachschritte drin, das heißt, unsere Fabriken müssten schnell genug produzieren können, das heißt, wir brauchen jetzt noch 210 Zeiteinheiten, oder was, denn ist die Forschung durch, warum sind da immer noch keine Kisten, Jungs, ihr trödelt ganz schön, da, Kisten, wir haben 180 Roboter, die nichts zu tun haben, ach so, falsche Roboter, ja, okay, ist genehmigt, ist genehmigt, schmeißt mal bitte, das sieht sehr, oh, hallo, no, 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 no Schicke Wartehaltung hier. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte gucken. Bestandsaufnahme. Damit habe ich vor einer Viertelstunde, glaube ich, angefangen. Ich wollte eine Bestandsaufnahme machen, was noch alles zu tun ist. Rote Chips haben sich immer noch nicht erholt, obwohl wir genug Plastik inzwischen haben. Das heißt, irgendwas ist bei den roten Chips nicht okay. Was ist bei euch nicht okay? Ihr seid zu wenig, denke ich. Wir könnten Speed nochmal erhöhen. Aber ihr habt jetzt schon Crafting Speed, plus 260%. Ne, ich denke, ich baue noch eine Fabrik hier oben hin und guck dann, wie es mit dem Draht hinhaut. Aber laut Vorrat haben wir 13.000 Dollar. Wir haben grüne Chips. Das ist auch nur so lala. Warum arbeitet ihr nicht? Kein Eisen. Was? Ja, ich achte auf grüne Chips. Ich achte auf rote Chips. Ich achte nicht darauf, dass wir keine Eisenplatten im System haben. Was zur Hölle? Wow. Okay. Dinge sind fertig. Ich baue andere Dinge. Go. Da müssen rote Vliesbänder hin. Ich brauche rote Vliesbänder. Dann brauche ich noch ein Triadrill. Triadrill. Da. Du brauchst Strom. Dann brauchst du die da. Die da oben ersetzen. Ding, ding. Ding, 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 ding. So. Dann brauchst du ja alle noch Module. Sing. 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 Ding, 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 ding. Gude. Kann ich einen Splitter direkt an dem Ausgang von einer Mine packen? Testen. 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 Ja, so. Nee, kann ich nicht. Okay. Ding, 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 ding. Ich denke, ich kann einen rausnehmen. Ich denke, ich kann noch einen rausnehmen. So. Das sieht schon mal wieder besser aus. Äh, von hier oben kommt noch nicht so viel, weil du bist nur ein Zweier-Drainer. Ja, sollte jetzt aber wieder hin kommen. Hinten noch welche an? Ganz hinten nicht, nein. Nur selten. Also einer geht noch. Tu mal. Da noch eine hin. Und da noch eine hin. So. Aber vergleicht mal. Wie viel der da produziert? Mit drei Speed-Modulen. Wie viel der da produziert mit drei Speed-Modulen? Das ist schon ein Unterschied, ne? So. Was sagt das System? Eisenplatten tauchen gerade nicht auf. Aber das ist auch, weil jetzt überall der Bedarf von Eisenplatten erstmal gedeckt wird. Das ist okay. Soll ich aber echt mehr im Auge behalten? Druckkupfer ist gar kein Problem. Ja, ich könnte einen von euch eigentlich ersetzen durch einer. Also der könnte komplett weg. Mach den mal weg. So, dann haben wir jetzt zwei Dreier-Drails hier. Angriff unten. Da staut sich das. Das ist nicht gut. Ersetzt den mal da durch den tollen. Zwei davon. So. Unten hält sich das? Ein Turm wird... Eine Mauer wird nur beschädigt. Nicht mal zerstört. Das ist nur ein kleiner Angriff. Das ist okay. Haben wir noch... Ja, haben wir. 31 Stück. Oh, sehr schön. Bau bitte. Fünf Topastürme. Also einer kommt definitiv... Zwei kommen hier unten so hin. Und die anderen drei verteile ich hier an der Ausbau entlang. Dass wir so ein bisschen Abdeckung haben. Also das ist schon mal schick. So. Also Öl haben wir gefixt. Rote Chips haben wir ansatzweise gefixt. Eisen haben wir gefixt. Richtig? Rote Chips haben wir noch gar nichts gefixt. Weil ich der Meinung war, dass wir nicht genug Grüne haben. Was hier auch stimmt. Das heißt, ich brauche jetzt... Erstmal nur Zeit. Erst muss ich gucken, dass sich das hier einpendelt. Ja. Das heißt, ich schnappe mir jetzt mal ein paar Speed Module für später. Da. Behalte ich erstmal drin. Behalte jetzt ein Auge darauf, wie es nicht mit Eisen entwickelt. Schau dann, ob die grünen Chips wieder hochkommen in den mehreren Tausenderbereich. Und wenn ja, dann kommt noch eine rote Chip-Fabrik dazu. Wenn nicht, kommen einfach mehr grüne Chips. So. Südwesten schießt. Aber da sind mehrere Topastürme. Sollte eigentlich alles kein Problem sein. Ja. War nur ein Einzelner. Gut. Dann gehe ich jetzt mal runter und verteile hier taktisch die Türme. Baut mal einen da hin. Ja, hier ist alles falsch. Das könnte ich gleich mal fixen. Das ist ja eigentlich nur hier irgendwo ein Verhaspler. Ja, mach mal. Okay. Du bist falsch. Bäume weg. Direkt so. Da habe ich diese Probleme immer so ziehen müssen. Wo ist der ursprüngliche Fehler? Ach so, die rechten sind richtig. Der linke ist falsch. Mist. Hier sehe ich keine Überschneidung. Hier geht das auch alles auf. Das heißt, die waren richtig und die sind falsch. Sie irritieren gerade. Das hier sieht alles okay aus. Ja, habe ich gerade die falschen abgerissen. Lalala. Nein. Ich denke, ich kann mir das leisten, das jetzt gut zu machen. Aber ich sollte das Spieler-Inventar währenddessen was Tolles craften lassen. Zum Beispiel... Ein indestructible Rotor und ein... Warum kann ich die nicht bauen? Weil ich keinen Zink habe. Okay. Ich hätte gerne Zink. Metall... Zinkplates. Gut. Dann hätte ich noch ganz gerne... Dunsten Gear Wheels. Die braucht man mich auch noch für irgendwas. Dann hätte ich gerne... Nimm, 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 nimm. Triadrill für später. Nö. Ich hätte gerne Akkus. Viele, viele Akkus. Fehlerbehebung im Dunkeln ist dann auch nicht so toll. Warum bist du so komisch? So, weil ich den Fehler kurz überbrücken wollte. Das ist richtig. Ja, die hier sind ja alle falsch. Aber du müsstest doch hier hinten auch um Fehler auftauchen. Warum verbindest du dich nicht? Gib mir ein... Gib mir ein Draht. Ernsthaft. So. Irgendjemand hat in den Kommentaren auch genau geschrieben, wo der Fehler war. Aber ich... Hab mir eingebildet, dass das... Da unten rechts gewesen wäre. Ah, nee. Jetzt ist alles gut. Klick. Fertig. Aus. Keine Probleme mehr. Du. Mach Bäume weg. So. Ich muss jetzt die Türme allerdings nochmal neu setzen, weil ich den gerade abgerissen habe. Den einen. Das heißt, ich wollte... Hier irgendwo ein hinpappen. Da irgendwo ein hinpappen. An der Ecke noch einen. Also hier so. Und den Rest hier im Osten. Also sagen wir mal... Hier ein. Boah, ist das viel Fläche zum Abdecken. Und hier ein. Eigentlich... Ja, eigentlich ganz oben. Weil das Ding da ist auch schon am Schnüffeln. Ich packe den mal hier hin. Ja, ich komme gleich. Hier hin. Oh, es werden Mauern zerstört. Im Westen. 18 Türme schießen. Trotzdem steht da noch was. Bestimmt schon behoben, oder? Ja, da ist die Tungstenmauer. Da kommt nichts durch. Was? Achso. Oh, war das ein König? Weiter King Cops. Ja, sehr schön. Piu, 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 piu. Hier tupperst du ein bisschen geil. Guck dir das mal an. Wir sind da schon gestorben. Ersetzt bitte die Mauer da rein. Ja, also kriegen wir jetzt die Königsleichen. Das heißt... Ich wollte das, glaube ich, eh mal umstellen, die Topase. Dass wir jetzt die Topaz-Geschichte hier umstellen auf grün. Damit wir schon mal vorbereiten können, dass wir die Shutgun-Laser-Ammo da herstellen können. Das heißt, du machst jetzt bitte... Nicht orange Krissel, sondern... Grüne Krissel. Und du machst bitte die anderen grünen Krissel. Und du nimmst bitte... Die grünen Krissel. Ich hoffe, das klappt soweit. Dafür brauchst du jetzt allerdings auf anderes Zeug. Du brauchst nämlich... Äh, hier. Du brauchst Used Emerald Awe. Und einfach mal, um meine Neugier zu stehlen, mache ich nochmal was anderes. Bau bitte... Fabrik hier. Und hol dir mal bitte die Useless-Sachen. Was? Dreimal-Useless-Gamestone-Grinding. Useless-Ruby-Awe. Und wir brauchenốBea. Bisaufen. Aus. 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 Aus.